Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit-Letzter-Schluss. Dieses Mal geht es erneut um das Thema Mail-Server. Es haben sich noch ein paar Sachen ergeben, die noch mit dazukommen. Zu dem letzten Video, wo es bloß um DKIM ging und ja, das hier ist nochmal so ein Add-on dazu. Ein paar weitere Absicherungen, die ihr auch machen solltet. Und was mir aufgefallen ist, wo ich eine Lösung für gefunden habe innerhalb von einem Kundenprojekt. Ja, und das schauen wir uns mal an. Ein weiterer Punkt, wie ihr euren Mail-Server absichern solltet, ist SPF. Das ist das Sender Policy Framework. Dadurch wird festgelegt im DNS, welche IP-Adressen bei eurer Domains überhaupt Mails versenden dürfen. Das kann eine IP sein, das können mehrere IPs sein, je nachdem, ob ihr einen Mail-Server habt oder mehrere. Dafür braucht ihr mal wieder die Oberfläche von eurem Domain-Anbieter. Da sollte es sowas geben wie DNS-Einträge verwalten oder Namens-Name-Server-Verwaltung, wie auch immer das da heißt. Das heißt überall so ein bisschen anders. Aber irgendwo gibt es dann doch immer so eine Möglichkeit, um einen neuen Eintrag im DNS zu hinterlegen. Und dort sollte man auswählen können, dass es dort einen Typ gibt. Und da brauchen wir wieder den Typ TXT. Das ist so ein Freifeld-Eintrag, wo man quasi alles reinschreiben kann. Und Präfix, ja es kommt darauf an, wie euer DNS-Anbieter das umsetzt. Also bei meinem, wo ich das gemacht habe, also für mich, für den Kunden, da musste man jetzt nichts eintragen. Aber es kann auch sein, dass da vielleicht ein Sternchen reingehört oder sonst irgendwas. Also da müsst ihr mal gucken, wie das bei euch umgesetzt ist. Der Inhalt sollte allerdings immer sehr ähnlich sein. Also wir haben hier V gleich und danach kommt SPF1. Das ist die Protokoll-Version. Im Moment gibt es bloß SPF1, also das ist statisch. Danach kommt dann ein kleines A, damit die danach folgenden Filterregeln sind es letztendlich. Auf eine IPv4 oder auf eine IPv6-Adresse passen. Also wenn von außen jemand ankommt, dann kommt der ja mit einem Domain-Namen, mit einem Sub-Domain-Namen und der DNS-Server wandelt das in eine IP-Adresse um, also IPv4 oder IPv6. Und dafür muss es im DNS einen Eintrag geben. Und wenn das jetzt IPv4 ist, dann ist es so ein einfacher A-Eintrag. Und bei IPv6 sind das viermal A-Einträge. Das muss es geben, schon im DNS, zusätzlich zu dem Eintrag hier bei dem SPF. Und dann kommt IPv4, Doppelpunkt, die IP-Adresse von dem Mail-Server, der Mails verschicken darf. Und wenn ihr das Ganze mit IPv6 habt, dann schreibt ihr natürlich IPv6 an die Stelle und danach kommt dann nach dem Doppelpunkt diese IPv6-Adresse. Am Ende kommt noch ein Minus-All. Das ist dafür da, dass dieser Filter immer gilt. Der Bereich hierzwischen ist quasi so, wie ihr das braucht, wie ihr es für eure Infrastruktur haben möchtet. Und ja, der, ne, also von da und da hinten, das bleibt immer gleich. Dann haben wir auch noch D-Mark. Das ist Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. Das Ganze ist so ein bisschen sperrig vom Griff her. Also sagt man eigentlich immer bloß D-Mark. Das hat aber auch nichts mit der alten Währung zu tun. Also und dich mit einem Typen, der irgendwie Mark heißt oder was weiß ich. Das ist eine weitere Technik, um Mail-Server abzusichern. Und das Ganze baut auf dem SPF auf. Und DKIM, DKIM habe ich in dem Video davor, für euch wahrscheinlich direkt davor, schon mal gemacht, wie man das alles einrichtet. Da muss man Schlüsselpaar generieren. Da muss man Service im Hintergrund laufen lassen. Beim Mail-Server muss man den Mail-Server selbst auch noch umkonfigurieren und braucht auch noch einen DNS-Eintrag. Also DKIM ist relativ sperrig, auch vom Thema her. Ja, D-Mark ist dafür da, indem man sagt, wie ein Empfang der Mail-Server auf Mails reagieren soll, die nicht SPF und DKIM kompatibel sind. Also die nicht den Anforderungen entsprechen. Das ist quasi so ein Ausweis gegenüber von einem anderen Mail-Server. Der guckt dann bei euch im DNS nach, also der DNS-Eintrag, der für euren Mail-Server nach ist. Und da steht dann drin, wie sicher ihr euch damit seid, was mit Mails passieren soll, die ihr versendet. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber wir kommen gleich zu den Details dazu. Was wir erstmal brauchen, ist wiederum ein weiterer DNS-Eintrag, wiederum vom Typ TXT, also Freifeldangabe. Dann beim Prefix oder Subdomain Lärnchen eintragen. Ich habe ganz am Ende hier nochmal, was wir das Ganze auch testen könnt. Wir haben als Inhalt wiederum die Version von dem Protokoll, heißt D-Mark 1 in der Schreibvariante. Gibt auch nichts anderes, also das bleibt so statisch drin. Dann haben wir hier P gleich und dann kommt die Policy. Also wie sollen andere Mail-Server auf Mails reagieren, die von euch kommen und die nicht standardkonform sind. Also die nicht SPF und nicht DKIM standardkonform sind. Da gibt es üblicherweise Reject, also die Mails sollen zurückgewiesen werden. Und dann haben wir auch noch Quarantäne, also in Quarantäne stecken oder Nann nichts machen. Das sind die Varianten, die ihr dort wählen könnt. Üblicherweise macht man Reject, also Mails, die nicht in Ordnung sind, sollen auch wirklich abgelehnt werden vom anderen Mail-Server. Und dann kann man mit PCT auch noch angeben, wie hoch der Prozentsatz sein soll von abzuweisen Mails, die nicht standardkonform sind. Das hat den Hintergrund, dass ihr denn schrittweise D-Mark einführen könnt, beziehungsweise auch DKIM und SPF. Ihr habt vielleicht eine Farm mit verschiedenen Mail-Servern und die sind noch nicht alle auf Stand. oder ihr habt vor, einige von denen schon mal zu konfigurieren, um das Ganze zu testen und bei anderen noch nicht so. Und mit dem Prozentsatz hier könnt ihr angeben, ungefähr wie weit ihr mit eurer Einführung von den Technologien seid. Und die Gegenseite, also der Mail-Server, der was annehmen soll, der guckt denn da hoffentlich nach bei diesem Prozentsatz und sagt, 50% von den Mails sind nicht in Ordnung. Aber da der Mail-Server-Betreiber selbst festlegt, er ist noch nicht so weit, lasse ich die denn doch mal durch. Also so ist es gedacht. Aber man sollte auf eine 100%-Angabe natürlich zuarbeiten, dass man 100% von den ausgehenden Mails, die man selbst versendet, so hat, dass das Ganze SPF und DKIM kompatibel ist. Dann haben wir noch den Beschwerdeweg. Also wir haben hier ein RUA, das ist der andere Mail-Server, der schickt uns einen zusammenfassenden Bericht über Mails, von die wir angeblich gesendet haben. Das können ja auch gefälschte Mails sein. Stichwort E-Mail-Spoofing, dass sich jemand anders vor unseren Mail-Server ausgibt, aber wir haben es nicht selbst versendet. Und dann würde die Gegenseite uns einen Bericht schicken und sagt, ja, übrigens irgendwie 10 von den 100 Mails, die wir von euch gekriegt haben, die sehen irgendwie komisch aus. Das wäre so ein zusammenfassender Bericht. Oder man kann auch mit dem anderen Parameter, mit Ruf angeben, dass man gerne einen kompletten Bericht haben möchte, wo wahrscheinlich genau drin steht, die IP-Adresse sowieso. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe sowas noch nicht gekriegt. Also wo denn sehr genau wohl drin steht, was da falsch gelaufen ist. Und dann Mail-Tur, Doppelpunkt und eine gültige E-Mail-Adresse, an die ihr diese Berichte geschickt haben möchtet. Ein weiteres Thema, was überhaupt nichts damit jetzt zu tun hat, was aber im Kundenprojekt aufgetreten ist und was mich ein bisschen Zeit gekostet hat, um das rauszufinden und was euch vielleicht hilft. Vielleicht habt ihr sowas ähnliches irgendwie auch schon mal gehabt und ja, also von daher guckt dieses Video, dann geht es schneller. Irgendwie so. Es ging dabei um eine Fehlermeldung, die auftrat, wenn mein Kunde an einen, ja, an einen Mail-Servers geschickt hat. War immer bloß einer, der sich dann beschwert hat. Und dort stand dann drin, must issue a start-tls-command first. Okay, gut. Wenn man danach sucht mit einer Suchmaschine, wird man irgendwann auch fündig nach sowas, nach verschiedenen Lösungsansätzen, die vielleicht funktionieren, vielleicht nicht funktionieren. Also, was in diesem Fall geholfen hat, ist der sogenannte PIX-Workaround und ja, die Sicherheit so ein bisschen anzupassen. Ja, hm. Okay, muss man leider auch machen, wenn die Gegenseite vielleicht nicht mehr ganz so taufrische Mail-Server hat, mit denen man aber kommunizieren muss. Was in dem Fall leider so war. Also, was ich dazu gefunden habe, meine Zusammenfassung von dem Ganzen ist, also dieser PIX-Workaround wird wohl besonders dann gebraucht, wenn auf der anderen Seite ein Exchange-Server ist, der wahrscheinlich ein bisschen angestaubt ist, der Pipelining nicht richtig umsetzt. Das ist so eine SMTP-Erweiterung, die dafür da ist, dass man oder beziehungsweise, dass ein Mail-Client mehrere Befehle an den Mail-Server senden kann, ohne auf eine Antwort zu warten. Also, die Kommunikation mit so einem Mail-Server ist ja mehr oder weniger auf Textbasis, wo einfache Befehle gesendet werden. Und, ja, üblicherweise ist das so ein Ping-Pong-Spiel. Also, der Mail-Client, der sagt dann, hallo, ich möchte mich anmelden. Dann sagt der Server, das ist schön, dass du da bist, gib doch mal deinen Benutzernamen und dann gibt der Mail-Client den Benutzernamen an und dann kommt als nächstes, ja, das ist schön, dieser Benutzernamen, jetzt brauchen wir aber auch nochmal ein Passwort, also Ping-Pong-mäßig und dann kommt irgendwann, ich möchte aber jetzt eine Mail senden. Ja, das ist toll, dass du eine Mail senden möchtest, wohin denn und so weiter. Also, von der Art her so. Und diese Pipelining-Erweiterung, die ermöglicht das wohl, dass der Mail-Client einfach sagt, ja, ich bin der, mein Passwort ist das und ratatatatata und so eine ganze Kette an Befehlen dorthin schickt und der Client wartet auch überhaupt nicht auf eine Antwort vom Server, sondern geht davon aus, dass das wohl alles so ist und wenn der Mail-Server damit unzufrieden ist, dann gibt es am Ende wohl eine Fehlermeldung. So ist es wahrscheinlich gedacht, ach, das ist diese Pipelining-Erweiterung. Und damit das funktioniert, muss man bei dem Postfix hier das setzen, also so ein Workaround irgendwie, Delay setzen. Ja, damit war die Sache aber leider noch nicht durch. Um mit diesem Server kommunizieren zu können, musste man noch ein paar weitere Einstellungen machen, also SMTP-Use-TLS, also Transport Layer Security, also Verschlüsselung benutzen, was eigentlich sowieso schon Standard bei dem Server war, also bei unserem eigenen Server, wurde gesagt, hier, das soll es sein und übrigens mit den Verschlüsselungs-Algorithmen, was jetzt aber den Unterschied macht, SMT-Enforce-TLS-No. Also man sagt dem Server, dass er die Gegenseite darum anbetteln soll. Bitte, 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 verwende Verschlüsselung. Aber wenn es denn nun nicht geht, dann sind wir auch mit weniger zufrieden. Genauso ist auch dieser nächste Parameter hier, der sagt TLS-Security-Level-May. Okay, also, ja, das wäre schon schön, wenn. Aber es ist nicht mehr der Zwang wie vorher, weil damit sind wir die Mails beim Ziel-Server einfach nicht losgeworden. Ja, also das ist was, was ihr nicht benutzen solltet, wenn ihr nicht zwingend darauf angewiesen seid, das zu tun. Also es ist eine beschissene Idee, aber ja, manchmal ist es so. Zum Abschluss noch eine, ja, Weisheit. Keine Ahnung, ich habe geguckt, ob es irgendwie so ein Zitat ist. Also ich kenne es von einem Entwickler, aber in der anderen Variante ist das mehr oder weniger so ein geflügeltes Wort. Was nicht getestet wurde, ist per Definition kaputt. Keine Ahnung, wenn ihr wisst, von wem das Ursprünglich kommt, schreibt es gerne in den Kommentar rein, würde mich interessieren. Ich habe es halt nicht gefunden. Also, das basiert darauf, denn wenn man was eingerichtet hat oder Software entwickelt hat, sollte man das Ganze natürlich testen, ob es wirklich so funktioniert, wie man es gerne haben möchte. Genauso ist es auch mit diesen Einträgen. Im DNS kann man ja alles Mögliche reinschreiben, besonders wenn es so ein TXT-Feld ist. Da kann man alles reinschreiben und auch gerade was Präfix angeht und Subdomain und sonst was. Also DNS ist das total egal, was ihr da eintragt. Aber es muss natürlich funktionieren für eine Anwendung, die mit euch bzw. mit eurem Mail-Server kommunizieren möchte. Dafür gibt es öffentliche Webseiten, also irgendwelche Dienste, Online-Dienste, die euch eine Möglichkeit geben, wo ihr zum Beispiel Dekim testen könnt, D-Mark testen könnt und für SPF und was weiß ich alles gibt es sowas auch. Ich habe jetzt bei meinen Tests das hier verwendet. Also das fand ich ganz praktisch. Das hat mir auch dann eine gute Rückmeldung gegeben. Aber das sehe ich jetzt nicht als Werbung dafür. Nehmt gerne was anderes, schmeißt eine Suchmaschine an und guckt nach Dekim-Check oder Dekim-Überprüfen. Irgendwas gibt eine Menge von diesen Dingern. Insgesamt sehe ich es aber auch gar nicht so wirklich kritisch dabei. Ihr sollte natürlich irgendwie den Werbeblocker verwenden. Das gilt nicht nur für diese Seiten, sondern auch für alle anderen. Ich weiß nicht mal, ob die Werbung haben, weil ich standardmäßig immer einen Werbeblocker anhabe. Und die ganzen Einträge im DNS und euer Mail-Server sind sowieso öffentlich zugänglich. Also von daher, ob ihr da jetzt noch jemanden drauf zulasst und sagt, prüft doch mal, ob das stimmt, sehe ich jetzt nicht als wirklich heikel, weil die ganzen Informationen e-öffentlichen sind. Aber wenn ihr es anders seht, testet das irgendwie anders. Aber mir hat das mit diesen beiden hier sehr gut geholfen. Das war es dann auch für jedes Mal. Ja, vielleicht erst mal das Letzte zum Thema Mail-Server. Das ist eigentlich kein Thema, mit dem man sich jetzt so aus Spaß an der Freude beschäftigt. Also das ist was, was man macht, wenn man es machen muss. Wenn euch das nicht interessiert und ihr euch damit nicht beschäftigen wollt, nehmt irgendeine Firma, also die das für euch macht. Also es gibt sehr viele Hoster, die sowas anbieten, direkt Mail-Hosting oder dass es in so einem Hosting-Paket mit drin ist. Ab 1 Euro ungefähr geht das Ganze los. Da habt ihr nicht den Stress dabei. Müsst ihr euch mit diesem ganzen Quatsch nicht auseinandersetzen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das wieder geholfen hat. Macht es nach, macht es nicht nach. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss.